Ja, Joel, nach einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Spielabschnitt durch deinen Treffer noch drei Punkte geholt, 3 zu 2, was war heute los, gerade in der zweiten Halbzeit? Es war ja Wahnsinn. Ja, also im Endeffekt haben wir einfach nur gezeigt, dass wir, egal wie es steht in der Halbzeit, ob wir in 2-0 Rückstand sind, dass wir ein Spiel drehen können, dass wir die Qualität dazu haben, dass wir auch von der Bank aus Leute jede Woche bringen können, die das Spiel drehen, das hat Platte gezeigt, Gösser hat es schon gezeigt, heute hat es wieder gezeigt. Ja, wir haben uns anders vorgestellt, wir wollen natürlich nicht in den Rückstand geraten, aber das kann passieren und wir haben gut reagiert und Mentalität gezeigt und das ist auf jeden Fall ein geiler Sieg, Kurt, ja. Wie war so die Stimmung in der Halbzeit, hat es da die Ansprache des Trainers geglaubt, das war ja auch von der Körpersprache ein deutlicher Wandel, hat es da die Ansprache vom Trainer gebraucht oder seid ihr da auch intern selbst so? Weiß ich nicht, ich war nicht in der Kabine. War es beim Warmachen? Ja genau, deshalb kann ich es nicht sagen. Ja, also ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, als ich reinkam, dass eine Mannschaft da ist, die gewillt ist, das Ding noch zu drehen, die daran glaubt, das hat man gesehen und ja. Hat auch geklappt, danke dir, waren glaube ich, gerade die zweiten 45 Minuten waren richtig geil, kann man glaube ich auch mal so sagen. Danke dir. Dankeschön. Ja, Mart Rüssel, am Freitag musstest du noch die Niederlage erklären und heute kannst du einen, ja ich glaube, emotional packenden Sieg erklären. Ja, beschreib doch mal so deine Gefühlswelt jetzt nach diesen 90 Minuten. Nach der ersten Halbzeit hätte ich mich am liebsten vergraben, ich habe mich fast geschämt hier vor den Rängen in die Kabine zu gehen und deswegen bin ich so erleichtert und erleichtert, dass so eine zweite Halbzeit dann gefolgt ist und es war einfach geil, es war Fußball vom Feinsten, wir haben uns reingeschmissen, wir haben die Zweikämpfe gewonnen, wir haben tollen Fußball nach vorne dann angeboten und dann auch belohnt mit drei tollen Toren, es war einfach so stelle ich mir einen Fußballabend vor, abgesehen von der ersten Halbzeit. Da müssen wir natürlich nachhaken, kommen wir ja nicht drum herum. Was war so in der alten ersten Halbzeit los, war das einfach dieser Nackenschlag durch den frühen Rückstand? Ich finde aktuell auch nicht die Erklärung dafür, es war, teilweise gab es Unkonzentriertheiten, gab es Nachlässigkeiten hinten wie vorne und das war eine schwer zu erklärende erste Halbzeit, es war träge, wir hatten kein Tempo, keine Ballstafetten drinnen. Ich hoffe oder ich gehe stark davon aus, dass der Trainer morgen oder übermorgen auch da wieder die richtigen Worte findet, weil man darf die Halbzeit nicht vergessen, auch wenn jetzt die zweite Halbzeit umso besser war. Du bist als Kapitän auch maßgeblich vorangegangen, also ich glaube jeder hier im Stadion wird übereinstimmend sagen, du bist so ein bisschen der Spieler des Spiels und mit der Wucht wie du hier in der zweiten Halbzeit über den Platz gegangen bist, du warst aber gelb vorbelastet. Hat man das sowas dann im Hinterkopf? Ja gut, also ich kenne mich mit der Situation aus, eine gelbe Karte schon im Petto zu haben, deswegen, ich weiß, was ich machen kann und ich weiß auch, was ich nicht machen darf. Das ist mein Spiel, da in die Zweikämpfe zu gehen, dann auch voranzugehen, unabhängig davon, ob ich die Binde trage oder nicht. Heute in der zweiten Halbzeit standen elf Spieler, die alles reingeschmissen haben und darum geht's. Hab ihr, glaube ich, geil gemacht, das können wir so sagen. Danke dir, Maat, und gerne am Samstag wieder. Sehr gerne. Mit deinem Anschlusstreffer hat es eigentlich angefangen, dem Spiel die Wende zu geben. Erklär doch mal, du bist in dieses Spiel reingekommen, vorher ist nicht so viel zusammengelaufen. Wie war es für dich auf dem Feld? Ja, es war relativ plötzlich, dass ich dann noch in der ersten Halbzeit gekommen bin. Man muss sagen, wir haben eine bodenlose erste Halbzeit gespielt. Nicht mutig, keine Zweikämpfe, gehen wir 2 zu 0 in Rückstand. Und dann hat der Trainer, würde ich mal sagen, die richtigen Worte in der Kabine gefunden, hat uns ein bisschen Feuer unter dem Arsch gemacht. Und dann sind wir rausgekommen und haben ein Feuerwerk abgeliefert und es war Bombe. Ich glaube, es kann da auch schon in der zweiten Halbzeit nach 10, 15 Minuten der Ausgleich stehen. Was mich so ein bisschen gewundert hat, wir haben viele hohe Bälle auf dich als Zielspieler gespielt, die aber auch, glaube ich, alle bei dir angekommen sind. Du hast auch alle, glaube ich, angeklemmt. Warst du da so selber ein bisschen überrascht, dass du diese Räume von Kassel bekommen hattest? Nee, ich weiß, dass ich meine Qualität da in Bälle festmachen habe. Das ist das A und O in meinem Spiel. Hat richtig gut funktioniert. Die Bälle auf Markus abgekriegt, dann auf Eise rübergekriegt zum 2 zu 2. War unterm Strich ein sehr gelungener Tag für mich, ja. Du hast gesagt, es war unterm Strich ein gelungener Tag. Natürlich freust du dich nicht, dass du in der Startformation nicht stehst. Wie gehst du persönlich mit der Situation um? Du hast jetzt genetzt, ja, gerade nach so einem emotionalen Spiel. Denkst du da an deine eigene Rolle, dass du sagst, ich würde Stammspieler sein? Oder ist dir das jetzt direkt nach dem Spiel noch egal? Natürlich, man ist immer gern Stammspieler. Das ohne Wenn und Aber. Natürlich, ich hätte jedes Spiel von den sieben gegangen gemacht. War natürlich lang verletzt. Bin jetzt wieder super reingekommen, habe jetzt schon vier Tore für die kurze Spielzeit. Ich glaube, es passt so gerade gut, wie es ist. Jetzt fahren wir am Samstag nach Offenbach. Wollen die dort weghauen mit einem geiles Spiel vor acht, neun, zehn tausend Zuschauern. Und ich glaube, jetzt können wir uns richtig darauf freuen nach so einer Leistung. Danke dir, Göß. Gerne. Viel Erfolg am Samstag in Offenbach. Dankeschön. Ja, Timo, Glückwunsch zum Sieg, der glaube ich nach 90 Minuten unterm Strich auch durchaus verdient war. Du so als Trainer, was überwiegt jetzt mehr? Gedanken über die erste Halbzeit oder freust du dich jetzt einfach mal über die, für die Jungs auch, was sie in der zweiten Halbzeit hier gezeigt haben? Natürlich freuen wir uns unheimlich intern oder innerlich fühle ich mich gerade super gut. Es hat aber sehr viele Nerven gekostet. Ich habe gerade auf meinen Puls geschaut, der ging eigentlich. Aber nochmal, was die Jungs in der zweiten Halbzeit gespielt haben. So kenne ich meine Jungs. So können sie spielen. Klar, wir haben uns in der ersten Halbzeit anstecken lassen von unserem ersten Fehler. Das passiert. Aber nochmal, wir dürfen uns dann nicht irgendwie in Selbstmitleid verfallen, sondern wir müssen dann weiter spielen. Aber dann haben wir komplett den Faden verloren. Es war die schlechteste erste Halbzeit, die wir gespielt haben, seit wir zusammen sind. In der Halbzeit war es natürlich ein bisschen lauter. Aber was die Jungs dann in der zweiten Halbzeit geliefert haben, auch die Jungs, die dann eingewechselt worden sind. Die Mannschaft lebt. Es war heute ein purer Sieg, ein purer Wille, pure Mentalität in der zweiten Halbzeit. Und ich freue mich unheimlich für die Mannschaft. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Du hast ja mehr oder weniger den Sieg eingewechselt. Göst macht einen Treffer, Joel macht einen Treffer. Ist das vielleicht auch eine Stärke, die wir einfach diese Saison haben, dass wir gerade offensiv über eine Breite verfügen? Jeder von denen kann quasi ein Spiel auch mal entscheiden. Ja, und das haben wir den Spielern nach dem Spiel gegen Fulda gesagt, dass wir unsere eigene Egos einfach hinten anstellen müssen. Ich weiß auch, jeder Spieler will spielen. Aber wir haben gesagt, wir wollen einen guten Kader, wir wollen einen breiten Kader. Den haben wir und wir können ihn immer auswechseln. Und da kommt immer ein neuer Schub dazu. Und ich glaube, dass die Jungs das auch begriffen haben und dass sie sich genauso freuen, wenn jetzt zum Beispiel der Göstentor macht oder Eise oder David oder sonst wer. Dass man sich alle freut, weil es geht ums Team. Und das ist halt für mich persönlich als Trainer ein unheimlich großer Stellenwert. Das sind Werte, die ich vertrete. Ein absoluter Teamplayer. Und die Mannschaft muss zusammenwachsen. Wir wachsen zusammen. Für Woche für Woche wird es besser. Und heute hat man es gesehen, was wir im Stande sind zu leisten. Genau, deswegen. Ein kleiner Verbabbel, aber heute Abend ist scheißegal. Aber ich glaube, das ist voll grüßig, was gesagt. Im Team können wir viel erreichen. Gemeinsam schaffen wir das. Wir sehen uns in Offenbach. Hoffentlich wieder mit gutem Ausgang. Danke dir, Timo. Danke auch. Danke. Danke. Vielen Dank.